Dann habe ich ein Kracher für dich. Real Madrid gegen Bayern München. Kann ich jetzt die Sprache verschlagen? Jo... Das ist wirklich ein Kracher. Das ist wirklich ein Kracher. Das ist eine Kracher. Das ist eine Kracher. Das ist eine Kracher. Die Kracher werden jetzt mal mit und von dir das Kracher sein. Das ist eine Kracher. so beide sechs punkte also volle punktzahl das wird nicht so weiter gehen volle punkte zahlen nicht mehr so ist ja steht fix in der hofphase dann unentschieden sich beide eine gute position so ich gelesen dass rieberis karriere vielleicht doch noch nicht sein dass ich dachte dass es auch schon fix war das wird ein sehr schnelles spiel damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder habere falsche richtung mit mehr druck machst du spaß gott sei dank was absatz boah knappe geschicht schön leichter vorstoß einmal von bayern so 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 wieder absatz so 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 Ich hab noch gar nichts anwählen lassen. Alter. Ne, 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 ne. Oh, warum fallst du? Denn er ist noch locker kappt. Oh. Ja, der letzte Pass fehlt. Hier, dein Matrizt. Das gibt's jetzt. Das gibt's nicht. Das ist unbarkbar. Gute Chancenauswertung. Ach, bis zu der, wenn der zur Pendel ist, hab ich mir gedacht, der fliegt raus. Der fliegt wieder raus. Leber noch tief, dringend zu Bayern. Ich hab ihn durch und hab ihn dansst für ihn. Oh. 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 Das war Ibra ohne Kadabra. Da hätte ich vielleicht noch gehen können. Aber trotzdem, gute Schuss. Der letzte Pass. Das war's. 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 Gott sei Dank, Gott sei Dank, Scheisse, yes, gute Macht, okay, Kurt von Asensio, dann holt er den Elfmeter raus, gibt wohl noch Gelb, Gott sei Dank, einfach muss ich da hier eine Frischmitte zahlen, der Wahnsinn, so, er ist der Wechsel, ja, vergehen, was, nicht schlecht, Abstoß, Alter, ja, war gleich zehn, guter Trick, die lassen sich alle so leicht abdringen, irgendwie, das war nix, Mann, Mann, Alter, was war das jetzt, ja, auch Asensio ist sehr, sehr stark gespielt, Ah, was war noch, einen Wechsel, keep this my, Oh, Modric, muss er sein, war das vorher schon hoher Fuß eigentlich, Alter, da darf ich gar nicht hin, Schossen, Oh, schön gespielt von beiden, schön gespielt von beiden, Mann, Alter, Forsberg und Benzema, beide gekommen, und die Spielenden konnten hier sehr, sehr schön runter, Verstehe ich mir das jetzt mal nicht, ich drücke Steuerkreuz so weit runter, dass er zu den einen Spieler spielen soll, und das spielt ganz woanders hin, Schauen wir mal, was er zaubern kann heute, , , , , , , , , Oh, okay. Subtitution for Epsom Bayern Munich, coming off the pitch, number 11, Jones-Rubles. And run to the pitch, number 10, Mesut Rizzi. Awesome. Oh. 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 Gott sei Dank. Nein. Nein. Boah. Nein. Der hat ihn jetzt leider nicht gleich übernommen. Puh. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, okay. eurys. Schade. Das war nur gegen ein Mann. Ein paar Minuten noch. Oh mein Gott. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh, da war der Batze da. Und auch eine schöne Partie gewesen. Pfff. So. Oh. So. Ich komme gleich wieder. Ja. Wir sehen eh nichts. Ich bin immer. Also bis gleich Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.